UNTERTITELUNG 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 Hanna, ganz ehrlich, ich dachte, du wärst schon ein bisschen weiter. Ich bin doch extra zur Flo gezogen, damit du hier in Ruhe packen kannst. Ich weiß einfach nicht, was sie aufheben soll, und was weg kann. Schmeiß doch einfach alles weg. Die Wohnung ist der Hammer. Ich zieh einfach mit, Alter. Es gibt noch eine Kleinigkeit. Hi! Hanna! Läuft da was zwischen euch? Ich verarsche, das ist ein Holländer. Ich habe eine 8-Wochen-Examen. Können Sie die Musik vielleicht ein bisschen leiser machen? Wir wollen uns nur ein bisschen entspannen. Komm, schieße dich ab! Hanna, hast du nicht weiter Prüfung? Fuck! Danke. Ich hab den Job. Ich hab mir das anders vorgestellt. Immerhin wurden wir schon zu sagen. Wir haben doch überhaupt keine Ahnung, ob das miteinander klappt. Hanna wird erstmal weiter arbeiten und ich bleib zu Hause. Dann zieht ihr weg? Nein, ich werde erstmal pendeln. Wie die Spülmechine geht, weißt du? Meinst du das ernst? Freitag? Meine Chefirkleider nicht. Dann bin ich nicht da. Ich hab mich drauf verlassen. Captain, wir vermissen Sie und wir hoffen, dass Sie bald und unbeschadet zurückkehren. Ist es jetzt hip und angeseitig, Mutter zu spielen? Du bist nur ein Naschloch. Du hast dich immer beschwert, dass ich nie da bin. Und jetzt? Hier ist doch überhaupt kein Platz für mich. Ist schon komisch, wie wir hier alle Erinnerungen wegstreichen. Der Vielen Dank.